Sie zählt zu den berühmtesten Universitätskliniken der Welt. Gegründet wurde sie 1710 als Pesthaus vor den Toren der Stadt. Weil der Schwarze Tod nicht bis Berlin kam, wurde daraus ein Lazarett für Arme, Obdachlose und ledige Mütter. Wir Menschen sind von jeher zu neuen Horizonten aufgebrochen. Doch nur zwölf Astronauten haben jemals die Erde verlassen, um einen fremden Himmelskörper zu betreten, den Mond. Und dann habe ich sechs Wochen mit Samuel Beckett Proben erlebt. Also viel besser kann man es mit 20 nicht treffen irgendwie. Natürlich großes Glück. Wenn man so will, im Fernsehen bin ich der Kulturonkel. Also ich spreche Aspekte und ich spreche diese Kultursendungen und ich spreche große Dokumentarfilme und so weiter. Ja, aber auch andere Dinge und ich finde es gibt gute Sachen und nicht gute Sachen und das ist das Kriterium.